Hallo zusammen, heute geht's nach Guadalest. Guadalest, das ist, für die, die es nicht wissen, Richtung Benidorm, kurz daneben, das ist in der Costa Blanca und das ist eines der schönsten Dörfer, was es hier, so sag ich mal, in Spanien zu sehen gibt. Wurde so um 1300 erbaut und ja, das schauen wir uns heute mal zusammen an. Das Ganze noch mal kurz eben in Spanisch, also te toca. Hallo, vamos a pasar el día en Guadalest, que es un pueblecito de los más bonitos de España, que data del siglo XIII, es preciosísimo y está cerca de la zona de Entrevenidor, Altea, la zona norte tiene un castillito, un embalse, bueno, y vamos a ver. Ya está. Guck, Guadalest, geradeaus, genau in den Bergen da liegt Guadalest. Wow, die Bergen, das ist Guadalest. Guckst du ja in Los Montes. Oh, no, in Los Montes. Äh... So, da sind wir. Willkommen in Guadalest, wenn man da sehen kann im Hintergrund, die Berge, ist schon ziemlich beeindruckend. Es ist jetzt nicht oben auf dem Berg Guadalest, das ist eher, wenn man mal guckt, das ist eher hier im Hintergrund, mitten in den Bergen gelegen. Gleich mache ich noch ein Video von nämlich dem See, der da unten ist. Die Toca. Ja, 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 ja. Hola. Ya hemos llegado a Guadalest. Y vamos a subir al castillo, vamos a dar una vueltecita por el pueblo para verlo. Luego os enseñaremos el embalse también. A ver qué tal. Ich kann halt esen, es connecta la Vocera neus. Ich kann das Gefühl geben, mehr da nah. No, das literal wurde im Hintergrund, zu sehen. Wir haben geprägt Freude 7,8 Jahre in den Bergen des богimes. Hallo Mira, wir sind hier in Bordeläu und wir haben hier die Strasse. Das ist hier der Stausi von Bordeläu. Ich würde mal sagen, das ist noch eine geile Aussicht. So, jetzt haben wir gesehen, da oben ging es relativ schnell in ein paar Minuten. Und jetzt, da es genau auf dem Weg liegt, fahren wir zu den Wasserfällen von Algar. Funt del Algar. Dahin fahren wir jetzt. Sieht man das? Genau dahin. Willkommen in den Funtes del Algar. Kann man da sehen. Das Funtes del Algar. Guck, da geht es rein. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.